Diesen Schritt hat er bereits gewagt. Wang Feng Rong hat sich vom Kopieren losgesagt und arbeitet hier als einer von ganz wenigen freischaffenden Künstlern. Porträts von Prominenten interessieren ihn, bunt und schrill gestaltet er sie, meist doch noch mithilfe einer Fotovorlage und seinem Lieblingssong, ohne den gar nichts geht. Ein lebendiges Modell hatte er noch nie und schon gar keine Langnase, wie wir Europäer in China heißen. Ich sei zwar nicht Prominent, aber malen wolle er mich trotzdem. Die Vorgabe, länger als 15 Minuten, darf es nicht dauern. Das Ergebnis weniger wichtig, die Performance zählt. Und dass Obama, Madonna und Michael Jackson dadurch noch ein paar mehr Farbspritzer abbekommen, ist auch nicht schlimm. Wirklich ähnlich sieht es mir nicht. Aber das ist egal. Denn immerhin ist dieses Bild ein Original unter Millionen Kopien in Duffin. ist das fingertips. Ich bin jetzt über die Situation in Duffin. Ich bin jetzt über die Situation. Ich bin jetzt über der Eure und der Eure und der Eure und der Eure. Also hat ein paar Tage, goes los bei ein paar Häusern. Ich bin jetzt über das Ende, sind die Vorgaben zu wollen. Und wenn man die Zeitung aufbiliyor, die Zeitung hat sich viel zurost, es wiederum, die Zeitung ist es noch nicht. Und wenn man die Suden kommt,